Chat-GPT, künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Da war es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Headlines kommen würden, dass diese künstliche Intelligenz auch für eine bessere Rendite am Aktienmarkt sorgt. Und ich werde euch in diesem Video ganz offen sagen, was aus meiner Sicht an Entwicklung möglich ist und dass tatsächlich auch künstliche Intelligenz, ob das dann tatsächlich Chat-GPT sein wird, das muss man abwarten, für eine bessere Rendite sorgen kann. Ich werde euch aber auch sagen, was es dafür tatsächlich braucht. Diese Headline, 500% Gewinn mit Chat-GPT, die ist aber dennoch kein Clickbait, denn das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie. Und auf die möchte ich mit euch schauen. Legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. Die Vorstellung, sich von einer Software, wie wir früher einfach banal gesagt haben, vom Computer helfen zu lassen beim Handel, die ist natürlich nicht neu. Einer meiner größten Investitionen ist jetzt mehr als 20 Jahre her. Ich habe 10.000 Euro, etwas mehr waren es, tatsächlich sogar an Entwicklungskosten bezahlt. Und zwar einer Software, die mir ein gewisses Screening ermöglicht hat, welches ich brauchte im News Trading. Ein Durchlauf von diesen 10.000 Aktien, ich möchte gar nicht zu sehr ins Detail gehen, ein Durchlauf dauerte im Übrigen mehrere Sekunden, weil so eine Rechnerleistung dafür möglich war. Heute sind es natürlich Millisekunden, in denen das möglich ist. Ob allerdings die künstliche Intelligenz jetzt bereits an einem Punkt angekommen ist, wo sie unseren Handel ganz maßgeblich verbessert, darum soll es heute gehen. Es geht nicht um Mustererkennung. Also Patterns, Muster, seien es nun Candlesticks, seien es nun bestimmte Muster oder bestimmte Variablen, die erfüllt sein müssen, damit mir dann eine Aktie angezeigt wird, das gibt es schon länger. Die gibt es auch völlig kostenlos. Ihr könnt euch auf zahlreichen Seiten sagen lassen, welche Aktie gerade ein neues Allzeithoch markiert hat, welche Aktie gerade über die 200-Tage-Linie ausgebrochen ist. Und die Kombination solcher Informationen kann natürlich helfen, meine Handelsentscheidungen zu verbessern. Heute geht es aber um eine Headline, die mir von vielen, vielen Abonnenten, von vielen Lesern zugeschickt wurde, weil sie natürlich Begehrlichkeiten weckt. Also 500% mit Chat-GPT. Chat-GPT kann ja irgendwie alles, also muss es ja auch traden können. Das klingt verlockend. Die Ausgangslage. Zuerst mal ganz kurz der Hinweis, weil ich die Folge heute Morgen schon hochgeladen habe. Nach Absturz jetzt diese Aktien kaufen ist die Podcast-Folge von heute Morgen. Ich habe echt überlegt, ob ich mich trauen soll, das zu machen. Jetzt habe ich es aber gemacht. Ich schaue dort nochmal auf Bankaktien. War nicht meine allerbeste Idee, vor ein paar Monaten über diese Branche zu sprechen. Aber die natürlich gerade, die Banken verdienen eigentlich richtig viel Geld. Die geben ihren Kunden nichts, bekommen aber über 3% in den USA 4%. Das ist mal eine Zinsmarge. Die hat es in den letzten 20, 30 Jahren nicht gegeben. Also eigentlich sollte man mal auf Banken schauen. Mache ich heute nochmal, allerdings mit dem notwendigen Abstand. Und ich habe mir noch ein ganz interessantes Thema für Donnerstag ausgesucht. Da geht es um Infrastrukturaktien. Diese Aktien müssen in jedes Depot. Zumindest mal eine der Aktien, die ich dort nenne. Also wer Lust hat, der hört sich den Podcast am Donnerstagmorgen dann auch noch an. So und jetzt blicken wir auf die Headline. Die hier btcecho.de. Chat GPT. Trading Algorithmus mit 500% Gewinn. Auch für Bitcoin möglich. Ich weiß nicht, ob es immer nochmal spannender wird, wenn es dann im Bitcoin-Sektor stattfindet. Tatsächlich die Studie, um die es geht, auf die schauen wir jetzt sehr gerne. Und die werde ich auch kritisch würdigen. Die behandelt erst mal Aktien. Hier habe ich mich ein bisschen durchgearbeitet, um dann die Studie zu finden. Also die Originalquelle ist natürlich immer ein bisschen länger, ein bisschen aufwendiger zu backern. Aber gibt uns Aufschluss darüber, wie tatsächlich Chat GPT dazu geführt hat. Und das kann ich vorwegnehmen. Das hat funktioniert. Theoretisch. Die 500% Gewinn. Es waren, meine ich, sogar ein bisschen mehr. Also auf der Seite money.com geht es darum, dass die Antwort auf die Frage, ob Chat GPT vorhersagen kann, wie sich Aktien entwickeln. Dass die Antwort Ja lautet. Und das klingt natürlich zuerst einmal interessant, weil Chat GPT sich ja keine Muster anschaut, sondern eine Textverarbeitung ist. Und deswegen müssen wir auf die Studie selber schauen. Das machen wir. Aber wir springen nochmal ganz kurz drauf. Sie kommt also auf. Das ist die Originalstudie von Alejandro López Lira und Juena Tang. Ganz, ganz sicher wird sie anders ausgesprochen. Vor allem, weil Tang auch kein Spanischer mehr ist. Also, Juheua Tang. Spielt keine Rolle. Hat mir jedenfalls sehr gut gefallen. Sie arbeiten an der University of Florida und haben am 6. April diese Studie rausgebracht. Und ich nehme mal an, Sie haben geahnt, dass die Wellen schlagen würde. Kann Chat GPT Stock Price Movements, also Aktienbewegung, vorhersagen? Ja, lautet die Antwort. Und ich verkürze mal das Ergebnis, insbesondere wenn es um Long-Positionen geht. Das ist natürlich für Privatanleger ganz besonders interessant. Das heißt also immer dann, wenn Chat GPT steigende Kurse vorhergesagt hat, dann ist das sehr viel häufiger genauso eingetroffen, als in dem Fall fallender, im Falle von fallenden Kursen. Machen wir das mal so. Zuerst mal, ihr könnt das ja nachbasteln, was ihr wollt. Denn die Ergebnisse haben sich ergeben aufgrund eines ganz einfachen Befehls. Hier haben wir ihn. Forget all your previous instructions. Also vergiss, was wir dir bisher alles an Instruktionen mit auf den Weg gegeben haben. Das ist der Originalbefehl. Wahrscheinlich wird das einer der Berufe der Zukunft sein, künstliche Intelligenz mit dem richtigen Befehl zu füttern. Das macht nämlich einen Riesenunterschied, ob ich einfach einen Satz eingebe oder ob ich zum Beispiel kleiner Lifehack, den ihr wahrscheinlich schon kennt, ob ihr Chat GPT sagt, in welcher Rolle sich Chat GPT befindet. Also wenn ihr sagt, stell dir vor, du bist ein Professor an der Universität oder stell dir vor, du bist ein Grundschullehrer. Dementsprechend kann dann Chat GPT die Antworten auch formulieren. Also die eine Antwort wird sehr viel, wie die Amerikaner sagen würden oder die Engländer, more sophisticated sein und die andere viel simpler. Also pretend you're a financial expert. Gib einfach mal vor, du bist ein finanzieller Experte, also ein Experte aus dem Bereich der Finanzen und du hast besondere Erfahrungen damit, Aktienvorhersagen zu generieren. Sage ja, wenn eine News gut ist, also gut. Sage nein, wenn die Nachricht schlecht ist und unbekannt, wenn du es nicht weißt. So, und dann kommt hier auch noch ein Beispiel, wie das Ganze zu verstehen ist. Oracle. Rimini Street find 630.000 Dollars in case against Oracle. Also eine, ich nehme an, weiß ich gar nicht, ob es das tatsächlich so war oder ob das eine fiktive Schlagzeile ist. Also Chat GPT arbeitet ja mit Daten aus der Vergangenheit. Das heißt also, man hat hier eine Demo-Version in der Vergangenheit gemacht, ist immer schon etwas anderes. Backtesting ist nie das gleiche wie Live-Betrieb. Aber das ist nicht das, worum es geht, ganz wesentlich. Und warum man die 500 Prozent nicht nur in Abrede stellen muss, sondern so viel kann ich sagen, warum es nicht mal ansatzweise funktioniert. Und wenn die beiden sich mit der Börse beschäftigt hätten, dann wüssten sie es auch. Dann hätten sie den Versuchsaufbau nicht so machen sollen. Warum ist das so? Also, zuerst mal der, wie ist der Aufbau? Ja, ich habe nicht alle 29, ich habe sie nur überflogen. Also sollte auf Seite 25 noch etwas zum Versuchsaufbau sich ändern, dann ist es nicht besonders clever. Erwarte ich auch nicht. Insofern denke ich, ich habe die Studie schon verstanden. Also diese Firma Rimini Street wurde verurteilt, 630.000 in einem Verfahren an Oracle zu bezahlen. So, also sollte ChatGPT natürlich erkennen, ist das jetzt positiv oder negativ potenziell für Oracle. Headline, und hier ist ChatGPT Antwort, yes. Dieses Verfahren gegen Rimini Street könnte das Vertrauen der Investoren in Oracle stärken, seine Intellectual Property, also sein gedankliches Eigentum zu schützen. Und deswegen möchten die Menschen, werden dann eher eine Oracle-Aktie kaufen. Also die 630.000 sind natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Die helfen Oracle nicht mal in der Quartalsberichtssaison gar nicht. Aber grundsätzlich hat ChatGPT erkannt, das ist eine positive Nachricht für Oracle. Und so gab es positive wie negative. Und dementsprechend konnte ChatGPT dann die Richtung der Aktie an dem Tag, in dem definierten Zeitraum, korrekt vorhersagen. Weiß also, ist das positiv oder negativ für die Aktie. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn ChatGPT damit 500% Rendite erzielt hat, in einem Zeitraum von, ich meine, Oktober 2021 bis Dezember 2022, glaube ich, war das, dann ist das echt wenig. Noch dazu auf der Long-Seite. Denn der gesamte Versuchsaufbau, und das muss ich den beiden vorwerfen, unter Vorbehalt, weil ich, wie gesagt, nicht weiß, worum es den beiden tatsächlich im Ergebnis ging. Ich nehme mal nicht an, sie wollten das perfekte Analyse-Tool entwickeln, sondern nur etwas beweisen, ja. Und wir haben daraus gemacht, ja, ChatGPT kann die Börse vorher sagen, der Versuchsaufbau ist vollkommen verkehrt. Ich kann euch hier und heute jeden Tag mindestens 10, 20 in der Earnings-Season, also während der Berichtssaison, sogar 40 oder 50 Aktien nennen, jeden Morgen um 7 Uhr, bevor die Börse beginnt, die steigen oder fallen. Und meine Trefferquote dabei wird bezogen auf die erste Handelsstunde bei über 90% liegen. Weil es genau das ist, was ich 15 Jahre lang ausschließlich gemacht habe, nämlich News zu traden. Zu analysieren, ist das eine positive oder negative Nachricht? Und dann musste ich, im Gegensatz zu ChatGPT natürlich auch noch sagen, wie stark wird denn diese Nachricht positiv oder negativ wirken? Und dementsprechend bin ich Positionen eingegangen. Und das ist der Knackpunkt. ChatGPT musste in diesem Versuchsaufbau die Aktie nicht mehr kaufen. ChatGPT musste nur rausbekommen, ob die Aktie steigen wird oder fallen wird oder hat sich entschieden, keine Ahnung, vielleicht seitwärts oder gar nichts, fällt einfach raus. Seitenlinie, no position is a position. Vollkommen in Ordnung für den Teil des Versuchsaufbaus. Aber der Knackpunkt ist, dass ich euch all diese Vorhersagen jeden Tag mache, dennoch sind 500% schwer. Warum? Weil alle anderen das auch wissen und zwar ohne ChatGPT. Das heißt also, das Wissen, dass diese Aktie heute um 8 steigt, hilft mir natürlich nicht, weil ich diese Aktie ja nicht zum Kurs von gestern kaufen kann. XYZ berichtet heute also, unsere Zahlen werden besser als erwartet ausfallen. Das passiert sehr häufig nachbörslich oder vorbörslich. Das heißt, der Handel kann erst dann reagieren, wenn die Börse öffnet. Und wenn dann die Aktie mit einem Plus von 5% eröffnet, weil die Quartalszahlen besser ausfallen sollen oder die Jahreszahlen oder man hat einen tollen Deal geschlossen, dann ist das ja nichts Handelbares. Und das wird in diesem Versuch einfach ausgelassen. ChatGPT hat gesagt, die Aktie wird steigen. Toll, ist auch gut. Und man muss sich wundern, in welcher Geschwindigkeit dieses Learning vonstatten geht. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich von diesen 5% plus profitieren kann, weil ich die Aktie eben nicht zum Schlusskurs irgendwo kaufen kann, sondern nur zum ersten gehandelten Kurs. Und der liegt schon plus 5% oder minus 5% bei einer negativen Nachricht. Und im Newstrading, das war auch teilweise frustrierend, habe ich dann wirklich die nach vier Seiten jeden Tag, jeden Morgen, jeden Abend vollgeschrieben. In der Berichtssaison hat mich das teilweise viele, viele Stunden gekostet. Denn, ja, meine Frau nickt gerade dazu. Ja, ich habe dann teilweise abends schon angefangen, während dann ab 22 Uhr die nachbörslichen Quartalszahlen in den USA kamen, das Ganze mitzuschreiben und so weiter. Dann die ersten Analysten stimmen, das war auch teilweise Nachtarbeit. Morgens um 6 geht es dann weiter. Und dann hast du eine Liste. Es melden ja nicht am Tag 10 Unternehmen, sondern wenn Berichtssaison ist, melden am Tag 200 Unternehmen. Das legst du dir also hin, hast auf die Liste und sagst, okay, und dann musst du noch in diese Position reinkommen. Und das ist natürlich nie so, dass irgendein Unternehmen dann völlig unterm Radar verschwindet. Und du kannst, kann mal vorkommen, ja, wenn man seine Arbeit genau macht, kann man auch mal einen Wissensvorsprung sicher arbeiten. Aber in der Regel hast du natürlich auch noch ein bisschen Konkurrenz im News Trading. Und wenn, du musst dann gewisse Extrempositionen eingehen. Also sagen, diese Aktie hat in der Vergangenheit vielleicht nachbörslich nur plus 5 reagiert. Tatsächlich ist sie aber oft auf plus 7 oder plus 8 gestiegen. Dieses Wissen, das sorgt dann für ein gewisses Alpha, also für einen Vorsprung. Allein die Tatsache, dass die Aktie steigen wird, das wissen alle anderen auch. Und ich habe dann oft wirklich eine halbe Stunde lang, eine Stunde lang, anderthalb Stunden lang Orders eingehackt, dann alle gleichzeitig live geschaltet um 8 Uhr. Ist ja klar, Zeit ist dann auch sehr, sehr kritisch, wie schnell man so etwas machen kann. Und es sind dann Tage vorgekommen, da habe ich zwei Stunden Vorarbeit gemacht und nicht eine einzige Position eröffnet. Weil die Aktie entweder schon nicht mehr mein Limit erreicht hat, weil ich irgendwo nicht reingekommen bin, weil der Makler in Deutschland auch keine Stücke mehr hatte, weil die Volatilität als Quatsch, die Liquidität nicht ausreichend war. Also das, was ChatGPT hier gemacht hat, ist sicherlich unter Machine Learning Aspekten schon mal ein guter Schritt. Und dieses Erkennen, aber dass man damit auch nur 1% Rendite am Aktienmarkt erwirtschaftet, das ist völlig abwegig. Und das sage ich auch als Warnung, weil derzeit wahnsinnig viel verschickt wird im Sinne von dieser Trading Bot und das kannst du dir ganz leicht basteln. Und wenn du diesen Prompt da eingibst, dann sagt er dir auch gleich das Richtige für Trading View. Du kannst wahnsinnig viel machen, aber die Vorstellung, dass AI jetzt so weit ist, dass sie einfach mal alle anderen Trader hier austrickst und quasi wie am Fließband Gewinne erwirtschaftet. Das ist einfach nicht so. Und ich habe ja am Anfang auch schon gesagt, ich möchte durchaus den Gedanken mit euch teilen, wann ich glaube, dass das so sein wird. Also zuerst einmal, wenn diese Systeme im Live-Betrieb wirklich gut werden, dann wird sich wahrscheinlich der Börsenhandel strukturell, gerade auf niedrigen Zeitebenen, auch sehr stark verändern, weil diese Systeme natürlich dann miteinander konkurrieren. Und wenn ich mir das anschaue, auf wie wenig Basissystemen derzeit diese Anwendungen basieren, alles, was wir so derzeit sehen, ist fast immer auf JetGPT. Das heißt also, hier konkurrieren letztlich dann Algorithmen miteinander, die aber mehr oder weniger gleich funktionieren. Und das könnte dazu führen, dass die Volatilität am Aktienmarkt zunimmt für eine gewisse Zeit. Wenn es also viele konkurrierende Systeme gibt. Man muss aber auch sagen, wenn man sich mehr oder weniger auf einen Standard, warum sollte eine Firma auf die dritt- oder viertbeste KI setzen? Das heißt, im Laufe der Zeit haben wir ja auch, wir haben ein Telefonnetz, wir haben ein Internet. Und das ist für mich etwas Vergleichbares. Ich glaube nicht, dass es 50 KIs geben wird, die allesamt miteinander konkurrieren, sondern ich glaube, es gibt einige wenige, auf denen dann alles andere aufbaut. Und das ist nicht, ja, wer damals die schnellste Internet-Leitung hatte, der hatte einen Vorsprung. Das wird aber auf Dauer nicht der Vorsprung sein, sondern die Art der Anwendung, die oben drauf ist. Die kann dir natürlich mal kurz einen zeitlichen Vorsprung geben, wenn die anderen das noch nicht haben. Aber am Ende des Tages sind das ja mehr oder weniger dann Standardgeschichten. Und da sind wir meines Erachtens noch nicht so weit, dass mit der aktuell existierenden Anwendung man jetzt einfach seine Performance-AI anschaltet und die handelt dann für einen an der Börse. Das halte ich für abwegig aufgrund der zahlreichen Variablen. Den Gedanken noch zum Schluss, wenn es der KI, und aktuell erscheint mir das noch nicht möglich, zumindest wenn ich bei mir auf dem Handy mir das Wetter anschaue, dann ist es noch nicht so, wenn sie in der Lage ist, die zahlreichen Variablen, die unser Wetter bestimmen, die so viel besser einzuordnen und die Vorhersage so zu verbessern, dass wir über einen deutlich längeren Zeitraum als bisher das Wetter vorhersagen können. Das ist nur so ein Bauchgefühl. Ich habe die Anzahl der Variablen bei der Verarbeitung meteorologischer Daten nicht überprüft, nicht abgeglichen mit der Anzahl der Variablen an der Börse. Aber vielleicht kommt es in etwa hin. Wenn KI also Wetter kann, dann kann KI vielleicht auch Börse. Wird sich das Trading dadurch verändern? Mutmaßlich wird sich auch das Trading in den nächsten 10 Jahren verändern. Viele befürchten, dass diese Algorithmen, so wie es in der Vergangenheit bereits geschehen ist, dann möglicherweise miteinander interagieren und das dazu führt, dass wir sowas wie einen Flash Crash schneller sehen. Also wenn mehrere Algorithmen sagen, Stopp-Auslösung, Stopp-Auslösung raus, dann haben wir erlebt. Ist schon eine ganze Zeit lang her. Viele Tausende von Trades, die rückabgewickelt worden sind, weil zum Beispiel eine Procter & Gamble-Aktie mal für wenige Sekunden 70% billiger war. Das ist aber auch eine Folge dieses High-Frequency-Tradings gewesen. Das ist zum Teil eingedämmt, weil es verboten wird. Man darf keine Orders mehr im Orderbuch erscheinen lassen, die dann sofort wieder zurückziehen. Das ist quasi eine Form der Marktmanipulation, die früher möglich war, heute nicht mehr. Für Menschen sowieso nicht möglich in der Geschwindigkeit, für Algorithmen aber durchaus. Also hier hat sich schon was verändert. Es kann aber auch sein, dass der Handel tatsächlich homogener wird, weil mehr oder weniger alle auf die gleichen Daten zugreifen. Dass wir uns vielleicht irgendwann nur noch auf einen fairen Kurs am Tag einigen müssen, weil genauso wie heute alle Wikipedia als Quelle nehmen, ja, wenn die AI sagt, Mercedes ist 78 Euro wert, dann ist das so. Da gibt es keinen menschlichen Einfluss mehr. Bis dahin ist aber Gott sei Dank noch viel, viel Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie man vielleicht doch ein kleines bisschen mehr rausholen kann für sich im Handel. Und was das Pattern Trading, also die Mustererkennung angeht, glaube ich auch, dass sich hier einige Möglichkeiten ergeben. Aber 500% Gewinn mit ChatGPT, das ist fast noch zu wenig. Bei dem Versuchsaufbau, der passt dann einfach nicht, um hier eine Aussage darüber zu treffen, ob ChatGPT an der Börse wirklich Rendite erwirtschaften kann. So, kurzer Hinweis noch, wenn euch das gefallen hat, dann abonniert bitte den Kanal. Damit unterstützt ihr mich. Würde mich sehr freuen. Ich freue mich ebenfalls jetzt auch auf eure Kommentare. Legt los. Schönen Abend. Bis dann und ciao. Tschüss.